Was ist ein korrespondierendes Drama? Ich habe gerade vorhin ein Audio gemacht über das Thema Drama. Drama, Hysterie, all diese Begriffe, die zusammenhängen. Also letztendlich eine Show zu machen, sich in den Vordergrund besonders dramatisch zu spielen, spielerisch darzustellen und übertreibend von sich reden machen und auf sich aufmerksam machen. Das ist ja das, was beim Drama das Wesentliche ist. Also wir hatten gesagt, es ist eine Konfliktlage oder der Anlass ist immer wieder der menschliche Konflikt, der typische menschliche Konflikt, die Konflikte, die wir haben. Und damit eine ganz wichtige Basis in unserem Leben, einfach deswegen, weil jeder von uns unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und wenn unterschiedliche Bedürfnisse entstehen und zusammenkommen, dann gibt es natürlicherweise Konflikte. Und dann entstehen automatisch natürliche, dramatische Situationen. Ich betone, natürliche, dramatische Situationen, ohne die wir gar nicht sein könnten. Das heißt, dann geht es darum, du zeigst dich und du stehst zu diesem Diskurs, der gerade stattfindet. Du gibst dich ein, du bist vielleicht übertrieben in deiner Art, mehr oder weniger übertrieben, aber du demonstrierst etwas, du zeigst etwas, du performst etwas, du bringst dich ins Spiel. Und der anderen, die anderen Beteiligten oder anderen Menschen tun das ebenso. Und bei dem ebenso setzt genau dieser Begriff korrespondierendes Drama an. Korrespondierend bedeutet, alle Beteiligten haben ein Interesse daran und haben auch vor allem ein spielerisches und durchaus gewagtes und mutiges Interesse. Und das bedeutet sicherlich auch in vielen Fällen Überwindung, an dem Drama teilzunehmen. Das heißt, jeder hat eben dann diese besondere Position in dem Drama. Da gibt es nicht jemanden, der untergebuttert wird und der andere macht ein Drama um des Dramatswillens zum wiederholten Male und dann ist es der Dramatiker oder Histrioniker oder die hysterische Ziege an sich, sondern die anderen tun das genauso. Jeder bringt sich ein. Und wenn sich jeder einbringt, und das ist genau die Korrespondenz, dann entsteht eine Konfliktlage, die sich natürlich dann im Sinne der Dramakurve, dieser benannten Dramakurve, hochentwickelt. Und dann werden Argumente gegeben, dann werden diese Argumente mit Affekten unterstrichen oder mit besonderen Emotionen und Affekten unterstrichen. Alles natürlich in einem Rahmen, der gesetzlich vertretbar ist und letztendlich auch ethisch vertretbar ist, aber doch in einem starken, dramatischen Ringen, so wie das ungefähr auf der Bühne stattfindet, ob das zu Shakespeare-Zeiten war oder in der heutigen Zeit im Theater oder in der Filmwelt oder in der Literaturwelt oder in sonstigen Erzählungen, die wir uns tagtäglich erzählen, spielt gar keine Rolle. Es ist immer wieder das wechselseitige Drama. Der eine spielt etwas in den Vordergrund spielerisch oder hat natürlich einen tatsächlichen Konflikt, ist ja nicht nur gespielt, sondern ist ein tatsächlicher Konflikt vorhanden und der andere auch. Aber das Interessante am Drama ist, dass es so geradezu persifliert ist. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Kunstgattungen, die das unterstreichen in der Dramaturgie und sagen, wir machen das besonders dramatisch. Also es darf laut sein, es darf durchaus mit einer starken Gestik und Mimik sein, also in dem, wie es in dir läuft. Und der andere traut sich das aber genauso. Die anderen Beteiligten trauen sich das genauso. Das ist natürlich die Korrespondenz. Wir können erst dann eine konstruktive oder einigermaßen konstruktive Korrespondenz haben im Dramatischen, wenn jeder der Beteiligten seine Dramazüge vollbringt. Und dann steht der eine plötzlich auf und sagt was Lautes in den Raum. Daraufhin reagiert der andere und tut etwas in der Form oder in jener Form. Also es inszeniert sich quasi ein Akt des Miteinanders in der Korrespondenz, in dem sich etwas austobt oder etwas darstellt. Weil es eben vormals, und das ist ja immer der Sinn der Konfliktlage, nicht dazu in der Lage gewesen ist, den Konflikt zu bereinigen oder eben auf ein Niveau zu bringen, dass kein Konflikt mehr da ist. Also dass man miteinander geredet hat, vielleicht ruhig geredet hat und sachlich geredet hat und sowas regeln konnte. Sondern irgendwie ist in einem noch eine Leidenschaft verborgen, die noch nicht zum Zug gekommen ist. Genau um diese Leidenschaft geht es, weil die unmittelbar mit den Bedürfnissen eines Menschen zu tun hat. Egal wie diese Bedürfnisse aussehen, egal ob sie positiv oder negativ sind. Und bitte, beides spielt eine wichtige Rolle, positives und negatives, in dem Sinne Zorn und Liebe und Begehren und all diese Sachen, die wir als Menschen haben. Da machen wir uns nichts vor. Das ist unser Leben. Das ist unsere Triebstruktur, aus der bestehen wir. Und das ist immer wieder die Grundenergie, in der wir unser Leben handelnd agieren. Natürlich, wie gesagt, in den Maßen, die vertretbar sind. Nicht Mord und Totschlag, keine Kriege, keine schrecklichen Auseinandersetzungen, keine Unterschwelligkeiten, die vielleicht, und das ist sehr verbreitet, in der heutigen Zeit zu entstehen, dass man sagt, ich bin mir zu schade, mit dem eine dramatische Handlung anzubändeln. Ich tue mal ganz freundlich und bin überfreundlich und noch mal freundlich. Und hintenrum tue ich dann was ganz Unauthentisches und Schreckliches und haue den in die Pfanne, ohne dass ich mich mit dem konfrontieren muss. Und das ist sicherlich sehr verbreitet in einer falsch gemeinten Gutmenschenkultur, die stets auf Freundlichkeit und Abnicken aus ist, aber dann hintenrum passiv-aggressiv etwas Aggressives veranstaltet. Und das ist natürlich zu vermeiden. Und da ist jeder Dramatiker, wenn er noch so schmieren-komödiantisch drauf ist, besser als jemand, der das eben auf diese falsche Art und Weise macht. Also das korrespondierende Drama bietet sich geradezu an. Und dann ist es etwas, wo man schon merkt, während der Handlung, dass es eigentlich eine Persiflage ist, dass es geradezu grotesk ist. Und dann beobachtet man sich dabei und merkt, mein Gott, so überzogen in der Art und Weise bin ich ja gar nicht oder habe ich das gar nicht gemeint oder ist es nicht wichtig, aber ich bin jetzt in dem Spiel drin und es findet statt. Und da wird mir etwas klar und dem anderen wird dadurch auch etwas klar. Das heißt, es schaukelt sich dann hoch bis zum Höhepunkt des Dramas. Und der Höhepunkt ist natürlich der Wendepunkt. Auch Wendepunkte kündigen sich an. Und das ist eine Dramaturgie, die in jedem Film, in jeder Literatur läuft, in jedem Theaterstück läuft, wo man sieht, aha, jetzt spielt es sich warm, es geht höher und höher, dann kommt das eine zu dem anderen dazu, es eskaliert. Und dann passiert noch dummerweise etwas, mit dem man gar nicht gerechnet hat, das gar nicht eingeplant war und schon ist man irgendwo am Höhepunkt. Und am Höhepunkt passiert dann das, dass das Ganze zusammenbricht, natürlicherweise zusammenbricht und zusammenbrechen muss, weil es seinen dramatischen Anlass gefunden hat und es seinen Ausdruck gefunden hat und von da an wieder eine normal gebündelte Welt stattfinden kann, bis hin zu einer Konsolidierung, bis hin zu neuen Einsichten, bis hin zu neuem Miteinander, wo man sich wieder verbrüdert, wo man einfach zusammen ist und sagt, Mensch, du bist ein toller Typ und das war jetzt eine heftige Geschichte, die passiert ist, aber wir sind zusammen. Also diese natürlichen Dramakurven, wenn man sie einigermaßen versteht, in dem Sinne zu inszenieren, sind durchaus etwas sehr Heilsames, im wahrsten Sinne des Wortes, für unsere Alltagsbefindlichkeiten und für die zahllosen Konfliktlagen, die wir als Menschen immer wieder haben. Um es nochmal zu sagen, Konflikt bedeutet nicht nur negativ, sondern Konflikt bedeutet, ich habe einen Konflikt, wenn ich mich in jemanden verliebe. Ich habe einen Konflikt, wenn ich etwas begehre. Ich habe einen Konflikt, wenn ich eine bestimmte Sache tun will und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich mache mich auf den Weg, die Widerstände zu überwinden und dann ist das eine Konfliktlage. Also der Konflikt ist die Natur unseres menschlichen Lebens. Und wenn uns das gelingt, in einem Miteinander-Drama, in einem Korrespondenz-Drama, um es nochmal zu sagen, wo sich nicht nur jemand einseitig inszeniert und darstellt und besonders in den Vordergrund spielt, sondern wo alle Beteiligten daran teilnehmen, dann ist das etwas sehr, und dann kann das etwas sehr Konstruktives sein. Und es kommt uns zugute, das korrespondierende Drama. und dann ist das eine Konflikt-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Drama-Dramat